Tauchen Sie ein in die unsichtbare Welt der Chakren, der sieben Energiezonen des Menschen und dessen Verbindung zum Universum. Weltweit erstmalig wurden diese Chakren in einer symphonischen Komposition und mit visuellen Bildern hörbar, sichtbar, erlebbar gemacht. Eine fantastische Reise aus dem Universum zum Planeten Erde und durch die sieben Energiezonen des Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles im Universum ist Schwingung, ob nun positiv oder negativ. Musik aber ist und bleibt wohl eine der schönsten Schwingungen im Universum. Chakra, das symphonische Werk, komponiert von Maurice Hamers und interpretiert vom Windorchestra Vorarlberg Austria in einem Multimedia-Film von Franz Kuttelwascher und Christoph Wachter. Musik 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 Musik